ja und willkommen mein name ist dann über p und ich bin mit dem mario master und wir begrüßen euch zurück zur auf der part startet aus gezeichnet wird kommen wir weg ich zu meinen aus ja 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 wir können wir können nicht gehen ich werde weiter auf kurs sind wo was auch immer da kommt wo man dadurch so sind wir auf kurs ich weiß ich habe gehört ich habe ehrlich gesagt mal gegoogelt anschauen soll man irgendwie mal ein paddel benutzt wenn man nicht irgendwie auf kurs ist ja da ewig wenn irgendwie 1000 meter von irgendwann irgendwann schaffen wir das schon ich werde man sich jetzt mal die zeit nutzen nutzen um noch neue fische zu haben um noch ein paar fische zu angeln noch nicht um eine neue batterie erstellen weil bald gehen und sein empfänger ja leer scheiße die brauchen wir scheiße kaufen kaum sagen sage ich sie will ich will fische angeln und kaputt meine angel jetzt aber keinen keine sorgen ich habe noch eine zweite kupfer schrott aber ich habe wir haben noch genau drei schrott glaube ich ja ja ich ja ich habe nämlich er hat tatsächlich noch ein bisschen was was gebraucht für die schmelze und kunststoff habe ich die schon mal parat ich sage ich sage sag mal so sobald wir noch eine in schwarze und wer hätte gedacht dass das irgendwann so wichtig wird schrott ja ja jetzt mit kunststoffe ist dauernd ist ein treibend fast direkt durch unser fluss und schon sagen wird direkt eingefangen von unserem ding hier ja weiß alles aber alles was sind unsere sammeln netten und das behalten wir ja dann schmeißbar unsere sachen ja unser und da sind warum es dann nur ein einsamer samt an ich tue mal den ton ja wo auch unsere schüssel sind rein ja kannst du machen wir wollen irgendwie platz die aber unsere unsere schmelzt ruhe was kommen aber zwei steine eine plank und ein rüber das ist schon und das ist schon etwas bedauerlich dagegen schon mal besser nach welcher hoffen dass ich doch ein bisschen mehr glück habe zwei planken einmal kunststoff einmal palmland und eine planke man wollte ich jetzt noch mal machen ich weiß nicht wo ist glaube ich mehr laternen bauen ja aber da war ich schrott für schrott fast fast ein fässer waren gerade ein bisschen schrott drin ausgezeichnet schrott kann dann kann ich dir gerade tatsächlich nicht helfen unsere netze sind die ganze zeug ich war hier schon wieder gerade unter wasser aber ich sage es aber erst mal noch mal ein paar fischer also aber wollte ich nach dem ton wollte ich da ein paar genau da war herring glas ist fertig dünn dünn oh mein gott uns ist der sand ausgegangen aber wir haben zum zu viel wir haben sehr viel glas zum glück ja ob wir noch hier mit hätte gedacht das glas mal so wichtig wird hätte ich nur damit gerechnet ist eigentlich nur hierfür für licht unsere beleuchtung ja fast was was da war doch nicht zu fassen hier wir brauchen fast ich habe das gehört 71 71 hat der hat hat schon zwei eier gelegt oh mein gott erst mal weg ist erst mal erst mal nehme ich die man die milch ab da habe ich gerade ein mord gehört ein mord das für ein mord ja ich habe mich auf gewinnen vorgestorben ist gar nicht aufgeschossen so nein ich war ich habe gerade irgendwie was abgeschossen haben wenn ich doch gerade bei den tieren war wir sind dann gestorben ich habe ich habe aber niemanden umgebracht das ist der rené der die ganze teuer legt ich habe geheimes gemacht sondern bestellt stellt mir hier wieder die sachen der unfassbar ich meine maus ist auch irgendwie im eimer ich klicke schon die ganze zeit aber manchmal zieht er einfach nicht also solltest du vielleicht mal eine neue maus organisieren nein ich mag aber die maus ist so wie so leise ließen die hat macht die macht nicht so laut klickgeräusch ja was soll hat also hat ich höre ich höre deine maus nicht exakt keine ahnung aber ich glaube du wirst es mir gleich sagen also so laut wie man hören kann der nero sucht gerade nach mäusen häusen das mitten in der aufnahme alter das ist unprofessionell ich habe eine ganze menge häuser wäre es wäre wenn du mir das einfach nachen erzählt wenn der art vorbei ist das wollte ich sagen es ist irgendwas aber eine schubladen irgendwie kann man irgendwann sitzt in meiner schubladen und das riesige insel das ist eine riesige insel das ist unser ziel vielleicht finden wir daher tatsächlich neues tier warte ich schaue mir das mal genauer an genau an dann was könnten sie erkennen ich sehe ein vogel ein vogel es ist ein großer vogel also war riesig hat den kommal wie hoch das geht denkst du denkst du dann oh ja ich sehe auch den großen vogel in seinem gesicht ein kurzer ton du weißt was du weißt was es bedeutet wir müssen uns vorarbeiten alles klar ich muss erst mal anfangen zu futtern weil sonst weil sonst kript ich gleich noch dass man es wieder darauf vorbereiten den vorlass mal zu erlegen damit wir uns in ruhe umschauen können alles klar hat mir nämlich gut gefallen dass wir ihn erst erledigt haben und dann in ruhe jetzt erkunden können ja dann mache ich mir mal eine suppe so ich werde noch ein paar fische auf dem grill schmeißen erst mal warum muss ich die ganzen palmblätter und das alles muss ich erstmal weil ich weiß und draußen die palmblätter überhaupt noch die mochte ich noch für die farben das gehört ich habe gehört ich habe es gehört schnappstier so am pack batterie pack ich auch erst mal hier rein ich bau neun speer tatsächlich ob euch von axt bald auch ich glaube diesen sind die kalt lang mit drin klanken aber mehr als gelogen ja ich weiß weiß ich muss mir hier blank platzieren moment zwei kisten mit kunststoff ok metallbahn sind auch fertig ich brauche ich sogar genau ich da sogar sogar so dass wir schrott ja genau schrott haben wir ja auch wir sind direkt vor der oma gott der vogel parken 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 aber ich habe ich habe ich sage ich gehe auf das dach unseres unserer farm da treffe ich den aber hat ein stück als unsere wir hier was keine chance ja du hast keine chance gegen uns also wo ist er ist gespannt ich hoffe da kann unsere sachen nicht kaputt machen war ja noch stück wir zeigen was passiert wenn durch unserem fluss näher ist also wenn ich ihn getroffen habe ich will einfach behaupten dass das wirklich nicht scharhaft unsere einrichtung zu demolieren wo ist das stück wo ist das stück was gar nicht wie wir brauchen ich glaube mindestens zehn und wann mal wird ich denke ich habe auch nicht genau jetzt habe ich jetzt hat am offen zu bekommen da kommt da oder auch nicht ich glaube wir sollten lieber auf der insel gehen kämpfen wir kämpfen wir auf der insel gegen ihn dafür habe ich habe keine super vorbereitet ich habe ihn getroffen aber ich habe ihn getroffen aber sehr gut ausgezeichnet ja genau wir sollten die war hier hinten warten ja wir sollten erstmal hier war heiner hat jetzt hier der blaue punkt über hierhin gesteuert sind oder sagen wir eine normale insel ich weiß es doch nicht aber da kommt da da oben sitzt da kommen sie ja kommen sie tiefer angeflogen ich habe sie getroffen ja ja ich auch ich bin tot was ist passiert dann hier was ist passiert hier ist ein riesiger steiner wir werden angegriffen das ist das ende der welt oder 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 da sei aber gar nicht aber gar nicht aber gar nicht lecken ich würde mal ein paar millionen darum fliegt er noch sehen da oben komm her du mischt ich kriege ich kriegen wir da kommt noch nicht so der stein ist auf dem rollen gewesen ja ich bin ausgerechnet sobald wir den weil wir den vogel erlegt haben kann man sich erst mal in aller rum schauen da habe ich eine super jetzt vorbei mit dir jetzt machen wir dich fertig da kommst du stück ja ich glaube ich habe daneben ich habe noch 10 ich habe noch 10 ich habe insgesamt noch 30 pfeile 16 metall hall und 14 stein also dd kriegen wir lockert ja ja ganz ja er ist ja aber so sind die kopf aufsetzen so ich halte ich getroffen nämlich nicht einer von uns hat den getroffen aber gerade ich glaube du hast ihn getroffen ich habe ich habe nur fehler angesehen der geflogen sind sehr gut der ist natürlich jemand genau da kommen jetzt geht's kommt musik kommt ihr die absolute boss battle musik bei mir nicht bei mir stelle bei mir schon nein aber hier ist jetzt gerade er in den berg eingeflogen ja ja bei mir auch oft so kommen ja der hat doch nicht mehr so viel wir haben wir haben ein fein mit deinem namen screecher ja ich habe ihn habe ihn da ja ja ich habe ihn verliegt bei in unser lager ich bin nicht ich bin auch wenn dann der nächste vorgelt danke ich hätte schon voller auf spannung gehabt aber ich glaube du hast den creature kopf ja ich habe den kopf ja jetzt können wir uns sagen so war bei der warte 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 ich wollte ich wollte jetzt erst mal ein metallsperr machen aber da sieht man sogar ja man sieht die spitze davon ja noch nie aufgabe ich glaube ich glaube dass sie noch nie aufgabe das scheiße wir haben kein bolzen mehr holzen wofür ja ich brauche ein bolzen für für metallsperr aber ich mache ich mache mir noch eben in metallsperr schmeißt noch eben doch wollte ich mal mehr zeug ich auch mal wollte muss man genug haben wenn ich mich irre bolzen habe ich jetzt gerade keine gesehen ich werde auch noch mal eben im metallerz schmelzen moment dann lehre ich meine mental ja ich auch auch ich leer ist von den planken weil die brauchen wir gar nicht nicht mit teil erst kann es wieder rein trinkt 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 also super 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 leiter der land in den aktien stellen seil schrott schrott haben wir nicht nein so viel schrott so ich weiß noch eben hier nein scheiße jetzt jetzt habe ich jetzt habe ich das ähnlich die baustaste gedrückt und hat einen roten schenkel geführt hat ich habe eine super zu trinken dann gehe ich schon mal da hin ja warte ich komme ich komme ja auch so nein hat gerade zu stechen schießt ihn ab dauert man so lange anzuspannen und so dann dauert nicht lange so mit stück wir sollten erst mal den hier erledigen ich wollte noch hier anfängt unser unser fluss hier wäre hier weg zum knuspern macht oder hat ich kümmere mich schon mal um die insel wo sind wir jetzt gerade wir sind noch nie im leben im blauen punkt dann warte auf mich hatte doch müssen wir sowieso irgendwie herum habe ich sorge für weil wir irgendwie ja ja weil wir scheiße geparkt haben ja ja okay man merkte wo wir geparkt haben okay naja ich tue immer umdrehen hier seiten sich doch weil ich muss auch die ganzen müllbeutel mitnehmen die ganzen müllwürfel so allein sieht doch wohl aus ja ich bin bin auch gleich okay ich habe meinen ersten metallsperr verloren ist aber kein kein grund zur panik ich glaube noch ein komm erst mal wieder zurück damit wir hier auf tag schalten können ich bin auch noch hoffen los okay ich lieg du 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 legst schon war ja ich komme ich habe hier gerade noch eben den ei getötet meine fristen weit weggekommen sogar nicht um bloß nein ich habe mich doch gerade mit dem heil geblieben gekloppt kann ich ihn so soweit abseits landen was ist denn hier hier passiert hier hexenwerk so ich frage es noch eben auf dem grill so ich liege im bett dann lande ich wieder gleich an der decke noch immer ja ich weiß nicht wieso und hier kann man gut dran hier kann man irgendwo anhalten gleich ja da sehe ich schon wälder und so kugel fische kumau jagen wenn wir gerade ein ja genau das ist dein part du du jax kugelwäsche so weit bräuchern oberten bogen wieder nach weges hat schon wieder alles weggefressen hier ich da sagst du sagst du dass die kerne für eine ein absoluter fressack ist ich sehe da hinten schon warten schwein habe ich gehört hatte jetzt zwei eier gelegt moment eben den rest rein den ich jetzt nicht mehr brauche dann wäre mir noch eben noch ein stück 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 nach ein stück und als keine waren keine banken ketten die park kratzer wollen wir wieder aus wie gut wir jetzt parken bis zum anker kannst du in jeder zeit rein lassen ja so soll ich runter lassen nein noch ein stück 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 ja ok und halt ja weiter noch ein stück noch ein stück wenn jetzt erst mal ein wartenschwein da müssen wir uns wahrscheinlich auch darum kümmern erst mal ja das dürfte ja kein problem sein ich nehme auch noch mal schon mal die bilden müllwürfel mit ich wenn man einen ich habe so versuchen einen drogen herzustellen neun ok ja das ist eigentlich eine ganz gute idee aber ich werde erst mal gleich daran kann ich mir eben trinkt das mitnehmen kann ich mir eben jetzt musik mitnehmen ob wir noch mal vom bolzen beteilbaren werden beteilbaren mit das hat das mit ok ich bin gut gestärkt habe ordentlich zeug dabei mein bogen ist auch noch relativ in ein paar dinge ist könnte ich hier stein für welche sind stärker metallpfeiler metallpfeiler natürlich mal ein paar erstellen ein paar federn von immer mehr als genug haben planken von dem man mehr als genug haben glaube ich ja jinks ist jetzt nicht so ok bist du bereit ja ich vielleicht noch mal kurz zu trinken aber essen nicht voll dahingehend brauche es zu essen ja ich kann dir ein bisschen haifleisch geben ok nämlich gibt jetzt weibar haifleisch einen moment ja jetzt bin ich so tief voll alles klar spiel ist ausgerüstet ist das auch über den bogen aus das wäre mal eine fichte erleben im blöden bilder war zu schwein das genau hier vorne da kommen dann machen wir mit links 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 wir sind zu zweiter basen schwein ist allein oder ein ist schon der shop alter ist ja am rennen hier es ist tot ich nehme es mal mit rohes fleisch ich weiß ich mal direkt auf den grill schon mal direkt dass das leder ich habe ich habe einmal ich habe nur einmal fleisch bekommen dann hast du bestimmt das andere mal bekommen ja natürlich natürlich auch mal direkt leder hier auch mal rein näher aber die ist nicht hier sind leder so dann schauen wir uns mal auf der insel naja let's do this noch kurz das steak auf dem grill ja ist klar und jetzt erkunden zeit hat hoffentlich ein neues herkundung und dann haben wir uns gesehen haben ja was wir sehen ob sie kreaturen gibt die wir noch nicht gesehen haben nein sehe ich schon zum handels posten da oben sehe ich schon wasser belohnen wasser belohne mitnehmen und oh mein gott oh mein gott hier ist die truhe mein sein okay ein rezept rote melone ohne rezept aber können wir gesagt wir können die sachen wieder kaufen die sind wieder aufgefüllt ich hole die würfel jetzt das ist ja das ist ja super ich habe auch gar keinen platz ich mache mir platz ich mache mir platz ich mache einfach die wasser brauchen dann sollten wir die angelköder holen damit wir wieder ja die leite erhöhen können ich habe hier ich habe mir auf jeden fall ein neues rezept gibt tatsächlich war denn der kiste ja tatsächlich ja ich warte ich lass mich auch mal lassen dass wir auch ein paar angekündigt bricht sind die müllwürfel alle die habe die habe ich alle also du hast ja ich hatte vielleicht hat zurückgerannt um die zu holen weil ich dachte ich werde ich habe noch ein ist ist bei dem menschen sagt dann noch was frei tatsächlich ok ok warte 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 ich muss sowieso erstmal platz schaffen ich habe nämlich auch noch so ein bisschen glibber gefunden ich habe ich habe noch gar nichts geholt gerade so eine kiste gefunden am liebsten am besten lieber die angelköder damit wir ja das ding hochlevel ja 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 hatte ich auch vorgabe ich muss halt eben noch ein bisschen zeug loswerden dann kann man wieder ein neues zeug einsammeln genau wir müssen zeug einsammeln denn es gibt nichts besseres als zeugs ok wenn auf dem weg ich und ich hole die köhler und hab dann dass ich mir da mal ein einfacher sonst so sollen wir denn mit dem dodo schrott brauchen brauchen wir auch ich kann noch mal solch soll ich noch einmal kunststoff holen warte ich habe noch ein ich habe noch einen müllwürfel übrig ja ich habe auch noch ein was ich noch kurz gucken wollen wir die nicht für irgendwas ich würde ja noch aufsparen für die zweite seite hier was sagt er wird sich oder tic tac toe und da menschen rupe warum ich jetzt 20 ja ich würde dir noch ansparen die müllwürfel weil ich sehe gerade bauplan fortgeschrittene kleine anbaufläche mittlere anbaufläche große anbaufläche und so ich glaube wir sind sparen dann siehst du das auf der zweiten seite bei rang 1 geht es aber erst mal zu erreichen müssen wir erstmal fische angeln und da abgeben naja singen wollte ich erst mal die angekündiger machen und für die fische wo bist du gerade bist du schon bist auf dem weg zum floß naja ich bin ja gerade hoch gehittert in der seite hier ist ok ok hier läuft die dodo lang ja lang aber ein dodo wollen wir nicht haben wahrscheinlich hat man ja kein anderes tier finden ich warte auf mich hier muss es doch auch andere ziele geben es kann ja nicht sein dass es hier nur dodos gibt ich habe jetzt die schaufel ich habe jetzt die schaufel dabei hier geht ja und hier geht es auch noch runter hier schmutz überall wir brauchen eine neue schaufel naja einmal zurück zum floß ist hier unten aber es geht hier unten auch rein jetzt aber noch höher ein bisschen das erstmal zurück zum floß gehen dann bauen wir uns erstmal eine neue schaufel ich komme hier oben weiter ja ein sehr komischem weg gerade wie gesagt es muss ja auch noch andere ziele geben es kann ja nicht nur dodos ja aber ich weiß nicht wenn jede insel nur ein tier haben kann von einer art wo man hier noch was denn da ist ja noch so ein schock ich komme nicht hoch warum komme ich nicht hoch höchste rezept kokosnuss hähnchen kokosnuss hähnchen weit gut dann das klingt ziemlich cool nimmst mit ja und das klingt auch nach einem rezept was wir noch nicht hatten naja kokosnuss und hähnchen das ist ja nicht so schwer zu kommen habe ich gerade sagen dass das kriegen wir relativ schnell hin dass meine axt kaputt waren meine gute ich glaube ich mit meiner billigen darum wer ist das stand zehn mit ein und durch deine ganzen werkzeuge geswitcht besser was man mit ziegel aus so dass es noch ziege war fast also wenn es auch zwei verschiedene tiere geben auf einer insel also gut zu wissen ja jedenfalls das ist noch mal eine ziegel warum wir nicht ziemlich leer wenn alles tot ist da müssen wir eigentlich nur in die höhle eingehen unter wasser ja einige fische erledigen und vielleicht noch ein bisschen angeln ich bin schon wieder beim floß ja schon mal versuchen die fische zu angeln ja ich muss aber erstmal ein bisschen platz schaffen dann versuche ich mich um die schaufel zu kümmern irgendwann unter wasser jetzt ein kleiner teich es ist nicht eben warten bis hell wird ich nehme nur kurz den schrott ok 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 ich hole mal meine metall angel raus und dann fange ich mal an die fische zu angeln ich finde ich habe 20 da kann man ja locker jeder von ihnen gibt ja ich fange mal an zu angeln dann mache ich mich zurück zur höhle mit der schau wenn ich das fluss da ist das fluss muss dann sagen wenn ich das fluss wieder finden würde da heißt direkt hier aber nein unser steaks wurden gar nicht gebraten war keine planken drin warten ich tue mal ich tue mal für dich hier mal in diese essenskiste immer tue ich dir mal die ganzen angekündigereien zehn stück ich habe ja kein rezept genau zwei hohe zwei rohe hähnchenschenkel eine kokosnuss und ein pilz das ist doch machbar jetzt mal pilzfahrt gebrauchen so hier da sind deine angekündigere drin zehn stück alles klar machen wir das mal schnell ich glaube ich habe mal lange gar nicht dabei gehabt ja die erste glaube ich in der kiste gelassen ich habe ein ganzes zeug und die dinger sind da auch vorher die netze schon wieder einsammeln woher einer 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 höhen pilz haben wir zehn stück sehr gut aber stimmt siegen haben ja kein feld dann sollten wir irgendwie vielleicht ein bisschen mehr hier versuchen wir mit dem dinge er muss dafür zu fahren ja da kommen wir nach ein bisschen baldig viele große inseln finden ich war ich mal so irgendwie 60 palmblätter oder so da rein lang ein spitz schimmert weniger als er denkt so ich habe es noch drei köder übrig die fange ich jetzt auch ich sagen gehen gleich im schlafen am tag haben da bringe ich schon mal mein mein fund und zur handelsstation leckte recht ist ja dann sogar schon aufzusteigen naja auf jeden fall wir haben wir haben 200 von 300 glaube ich jetzt auch ein bisschen fischen ich weiß ja nicht was wir brauchen ich würde ich würde eher schon auf die anbaufläche irgendwie hinsparen was auch immer was auch immer uns hat bringt ok ich habe alle köder verbraucht ich bin gerade dabei ganz nahe 1 fischer zu sammeln können wir eigentlich auch auf dem trophäen brett draufpacken erst mal bringen wir sie mal ich bringe meine jetzt erst mal zur anderen station einen schinken schinken kann jeder schenken kann jeder schimmer garnele also war dann müssen wir mehr von diesen würfelfarben wir sind auf rang 2 er hat die merchant er hält den überblick über deine fundamente damit du es nicht tun muss wir brauchen insgesamt sechs müllwürfel brauchen wir insgesamt und auch einige und auch einige münzen welche so wartet tarnbrille vielleicht kannst du da und damit deine freunde täuschen aber nicht den kopf würze wenn du lieber wenn du lieber kochst als segel ist ok seemanns mütze eine echte mütze für einen echten seemann titanerz und kühlschrank an lebensmittel und alles andere aufbewahren lange zurückgucke verbindet zwei teile deines flosses surfbrett jemand hatte pech wikinger horn trötet um deine freunde zu ärgern trading post trading post kassette bargain boss ok feldflasche kann am forschung ist das schnell ernt werden detailplanke was hat man nicht vielleicht was hat den ganzen weg hier nein das höchler nicht aber ich komme zurück fangen wir haben fangen schon mal an hier ein paar und zunutze gegenstelle barben war zu zeigen damit wir mit der müllwürfel kriegung von palmenblätter da reingepackt jetzt gehe ich mal zu dem training post um meine fische loszuwerden also brauchen ich brauche jetzt noch vier stücke dann könnte ich mir diese anbaufläche holen welche sollen wir dann holen die mittel von mittlere oder kleine mittlere oder große sagen ja die mittleren ja wo ich auch sagen so alle davon kann am forschungstisch erlernt werden mittlere kosten alle sechs und tranz müssen ja auch ich habe zehn davon von auerts für sieben stein kommen wir können uns auch die angekühler johle da können wir noch bessere fische ja dann verkaufen wir wollen 3000 punkte bombe fragen zwei deftige eintopf kräftig deftig er müsste jeder eintopf der dich einmal den tod entkommen lässt und ich habe eine kiste gefunden unter wasser let's go ich würde aber sagen die an man ja und ich habe ich habe ein rezept gefunden jetzt haltet ihr nicht mal fest für was gemüse super rote belohne war schon wie ich sage ich war jetzt eine schaufel zu holen ist eine gute idee finden wenn man die nummer schaufel warte ich kann ja ich mal mit direkt auch einer da brauchen ja nur eine eigentlich und so selten über die brauchen damit wir damit gewesen sei auch noch einmal wir für uns gezeichnet dann haben wir jetzt vier ja ich hole mir nur eben im planken und da kann man zwei anbauflächen holen wenn wir jetzt noch ordentlich fahren ist die batterie noch die ist noch halb voll so ich habe die schaufel und packen wir irgendwann da reinkommen und packen wir in der rhein und brauchen wir nicht so jetzt erst mal hier noch mehr palmblätter da rein 20 stück 600 farbe reinpacken da wäre nämlich ganz schön viel ja na schade geht nicht da steht der euro materialien ich habe noch kletter pflanzen glibber noch gefunden irgendwie schade dass wir keine neuen tiere haben das nervt mich gerade so ein bisschen ich tue mal 20 palmen sammeln da rein so viele brauchen wir nicht ja genau nicht ja nicht geht also rohes material jetzt noch nicht gewachsen ja ist nicht gewachsen aber kommt lassen lassen das erst mal auf die insel wird also eine schaufel ich habe die schaufel in der hand ich habe kurz meinen 20 planken da rein aber so viele gerade haben ich nehme mir noch ein bisschen was zu trinken mit wenn ich jetzt gerade hat jetzt wo sie hier hinter mir ich war ein vogel so stück da sind getötet ausgezeichnet und schmeißt die fehler einer reiner 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 freuers wieder würfel aber jetzt wollen wir noch ein kommen wenn wir wieder kommen muss hat voll kugel fisch nachher müssen wir auch noch darum kümmerst du dich vielleicht finde ich bin finde ich ja tatsächlich auf der insel noch irgendwie was ist schon auf der insel ja was auf mich wissen nur nicht wo nochmal die höhle war eigentlich irgendwo in dieser richtung sondern so eine kleine also nicht in sich ja ich glaube irgendwo da war das nicht ich glaube schon glaubt da ich glaube da hinten ist sie ja ich komme aber da rechts noch auf diese mini insel da ist dann auch über ist okay ich schaue mich hier ich sag mal hier mal sein vielleicht irgendwo ein kugelfisch schmutz 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 schritte kann ich auch nebenbei einsam also wo war war nämlich nur zwei schmutz habe ich schon eine kugelfisch schmutz und stein schmutz und schrott apropos schrott mehr habe ich hier nicht gefunden du sagst dass du gerade bei der mini insel bist ja ich war jetzt mal bei augen die ja da glaube ich deswegen aber nicht nur ein paar rote bären so ich sag mal jetzt hier schon ein ich habe nichts krasses für sonne wir seine anbaufläche zu bauen so einmal titan waren bitte ich denke mal wenn wir so titan waren haben dann stehe stehen uns hier alle möglichkeiten offen aber wir kriegen ja nur einen wir wollen ja mehrere wir brauchen erst mal einen zum erforschen naja und dann müssen wir aus wie wir noch herbe kommen das dämpfe baum die höhle gelehrt habe ich gelehrt alles klar man sagt ja mann geboren mann geboren ist mann geboren mann geboren und was gibt es bei mann geboren da ist schrott mit bitte können wir nicht liegen lassen mein gott unser floß von oben schon beeindruckt naja ja kannst du kannst du lauten glaubt sein bluder so ist noch ton brauchen ist schrott das nimmt da ist ja ich muss schon sagen ich habe dich denn übersehen da ist meine ich meine aktie gefahren gefunden ja ein meine aktie ist kaputt gegangen und da sind dodo was haben wir denn mit dem dodo ja auch hier ist noch ein guter fisch ich bin doch da ich habe kurz aus den augen verloren oder direkt vor mir ist aber er wird gehen ab wo und warum und wo und da warst du weg und ich drehe mich jetzt mal ein versorgen rücken das zeichnet ich bin tot also ich lebe doch auch nie so ist unser sechster müllwürfel fertig und dann können wir schon direkt eine anbaufläche holen wo die herstellen können ist eine andere frage das müssen wir sehen so ich wollte ich wollte trinken nicht essen ich höre jemanden knabbern du bist ja der knabber ist der knabber ich schaue mich hier noch mal ein bisschen oben vielleicht bin ich hier doch noch irgendwie ein anderes tier ja deswegen bin ich auch schon mal darum gelaufen ich höre sogar noch von hier oben gezeichnet werde mal nach oben schaut aus bei der farm warte das hat nee mein fernglas muss man vergelassen ich habe euch angesucht wenn er unterfällt dann jetzt ja also der kleine punkt dahinten das ist ja weg ich müsste sie tröte von da oben noch hören das ist ja einfach ausgerüchen jetzt wird es schon wieder dunkel ich habe es wenn es dunkel wird ich bin ich dass es dunkel ist hier ist halt nur so eine scheiß die game was soll was soll ich denn damit so soll ich sie so soll ich sie mit nach dem nutzige jetzt nicht wenn dann schon den dodo wenn er schon irgendwann mitnehmen damit war mir aber kommt man muss nicht umblinken eigentlich brauchen wir nicht also dringend ich meine heilsalben aber und bauen wir die mal ja auch wieder war über neue tiere ja ich wünschte es will würde hier ein neues tier geben aber ich sehe leider keins das ärgert mich gerade so ein bisschen was macht mich gerade so wütend so und da haben wir noch zwei metall zwei metall zwei würfel ja ich kann ja mal zu dem training post gleich gehen und eine mittlere anbaufläche holen er trifft mich bei der handelsstation ich mache mich nicht ein okay im dunkeln ja ich bin ich bin davon nur die handelsstation ist er beleuchtet ja wir sind schon direkt hier okay ich bin da habe ich auch fortgeschrittene mittlere anbaufläche ja und kann man noch einmal holen ja ich hab das nicht ja okay du kannst jetzt erforscht anders mal vier eine ausgewickelte parele auf der du mehrere größe pflanzen anbauen kannst also ein bild mit einer ananas 4 ich nehme an wir können jetzt vier sachen da an lang pflanzen okay das klingt erstmal nicht schlecht okay dann sag mal her erst mal unsere baupläne hin hier gibt mir bei dem bauplan oder schon freigeschaltet oder müssen wir eben beim forschungstisch reinpacken ich glaube ja da müssen wir sonst auch nicht oder nehmen wir doch immer aus wenn ich automatisch doch erforscht ist es ist okay ist schon erforscht so finden wir die da fortgeschrittene mittlere planke schrocken das ist jetzt nicht so schwierig finde ich anbauflächen große anbauflächen mittlere anbauflächen fortgeschrittene mittlere anbrücken hier eine ausgekündete parzelle auf der du mehr größere pflanzen anbauen kannst okay das kann ich sogar machen machen jetzt sofort ich mache es mal eben eben die planken und erstellt es passt zwar jetzt nicht mehr hören nicht mehr ins sortiment aber also weil ich dazu sage was er zeichnet aus gezeichnet so finger hat bei unserem schuh dann packe ich mal marmelo melonen und die ananas damen reintun aber dass du da reingepflanzt anders glauben lohnen ich habe da ananas eingepflanzt dann noch ganz mal in den jahren den hier ananas und nicht ja habe ich gemacht und in dem belohnen dann ließ das mal bitte warte wollen wir dafür ein ding aber wir wollen ein ding dafür geil weil das ist das ist ja awesome ich glaube wir sollten anfangen hier die zwei jahre mit den vierern ja zu ersetzen ja wir brauchen wir halt auch wieder mehr schrott da müssen wir unter wasser ja da sollten wir anfangen wenn man hier zwei mit den vierern ja zu ersetzen ja da wollen wir für kleine am bau mal mehr kann man mehr räume da rein pflanzen weil ich gesagt auch nicht schlecht kleiner kannst du mehr blumen nämlich an irgendwas mal macht mal falsch mit dem vogelnest irgendwie schon weil soweit ich dort jetzt ich dort jetzt live immer google was ich jetzt mache ich mache jetzt kartoffeln vogelnest dann kann das netz hergestellt und für die mögen platziert werden wir eine möge was das letzt können sie bis zu drei fehlern zurückbleiben und ich habe noch steine kann man kann man da reinpacken damit die landen keine ahnung ich wollte nicht alle mitnehmen exklusives pulver sehr gut und ich nutze auch mal direkt das exklusive pulver damit ich mir direkten neue netzwerber munition machen kann steine und ich brauche seile kann es keine eier da reinpackt verdammt ok so haben wir denn noch habe ich dennoch genügend also warte ich brauche ich brauche mal 20 kartoffeln in die müllpresse reingeht nicht alles was wir so viel haben kann kann man nicht da reinpacken man ja ich mache ich mal noch mal hier zwei wiesen gibt es da nicht waren das gibt es doch gar nicht doch bei roller nach und ich meine anbauflächen jahren vier sachen auf einmal da nennt sich doch luxus hier hast du wasser zur hand wenn du mir eben helfen können könnte es eben hier die wiesen zu beginnen heute in der farm ja der weg ist er hat nämlich schon waschen wir so gierig da fast nein ja hier der bau noch frisches wasser für der vogel ich mache schon also das war schon manchmal schon okay dann würde ich hier schon mal die reiniger wieder auf eine sekunde kann man blumen vielleicht da reinpacken in den links da gibt es nicht in die presse ich suche die ganze zeit verzweifelt sachen über eine presse reintun kann wenn er noch ein bisschen hier unter wasser gehen aber wenn er uns hier schon wieder ein ende des parts ist schon wieder soweit es ist schon wieder dass das ist so richtig die possibility mein gott schon fast alles leer ok so rote melonen rezept so viele scharniere lederschmutz muss man auch mal irgendwann gebrauchen können ja irgendwann nur wann ist die frage fragt sich mal unsere belohnen und anders jetzt sagen so wird zum baum fehlten ein hatte einer schwelle weggefuttert blöden möge haben die möge schon wieder weggefuttert warum ist ja nichts eingepflanzt wir wollten nur die anbaufläche flächen durch die quadratischen ersetzen aber machen wir erstmal zeugs für ja da kommt ja alles nach nach der reihe zack und zack und zack und zack und zack und da ist noch kopf war und da ist noch sand eigentlich über die schuhe eigentlich auch die pferden ein bisschen so blöd irgendwie dafür ein so ein ding hier so wasser einzupacken ich versuche hier hat so ein bisschen schrott zu finden ja das wäre unsere schuhe hier ich habe die ja vor unserer bude gepackt mir die schuhe aussehen wenn ja unser zimmer geht genau so eine kiste unter unserem fluss ja habe ich doch schon geplündert hat ich schon geplündert und schon sagen da kommt der hei das ist doch schrott können das übersehen nein nein ich will da klappern kollege nur ein bisschen am rum schubben na gut ich glaube können ein paar abwenden erst mal aber was war bänden naja bänden 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 dann sehen wir uns in der nächsten folge von acht wieder ja bis dann und ciao 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 ciao